So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin jetzt im Bad Fallenbach. Hier sieht man ein Rathaus. Sieht ein bisschen anders aus als das Rathaus in München. Und jetzt gehe ich weiter. Also gleich weiter. Ach, was ist das? Ich werde auch in Sommerferien wandern gehen und deswegen auch an Sommerferien neue Videos machen. Wann aber neue Videos rauskommen werden, sage ich euch entweder am Ende oder ich sage es euch über jetzt und am Ende. Falls einer von euch jetzt wieder vergisst. So, hier sieht man Pflanzen. Ja, wie ihr sehen könnt, sieht man hier Pflanzen. Also Blumen, also Rosen und ja, alle Pflanzen. So, ich kam gerade von hier. Und ich gehe jetzt weiter und mache einen kurzen Abschnitt. Und dann geht es weiter mit meinem Video. Ich gehe gleich weiter und dann gleich geht es weiter mit meinem Video. Also bleibt bitte bis zum Ende dran. Hier sieht man auch andere Pflanzen. Also kleine, gelbe Jungen. Und jetzt gehe ich weiter. Hier sieht man auch irgendwelche gelbe. Hier sieht man auch noch weiße Jungen. Hier sind die vorher zu auch zum Nachlesen. Über Bad Feinbach. Hier gibt es auch eine Kirche. Die Marienkirche. Kann man von hier sehen. Ich zeige die mal euch von hier. Von hier zeige ich euch die Marienkirche. Auch von der Seite. Und dann werde ich mich ja von euch also gleich verabschieden. Also vielleicht. So, dann gehe ich wieder zurück. So sieht die Marienkirche aus. Das ist die einzige Kirche, die es hier gibt. So, jetzt kommt wieder ein Abschnitt. So, ich gehe jetzt wieder zurück zum Anfangspunkt, wo ich angefangen habe zu drehen. Ich mache jetzt wieder ein Abschnitt und dann geht es weiter. Hier ist wieder eine Information zum Nachlesen. So sieht Bad Feinbach aus. Hier ist irgendwie ein kleiner Friedhof. Also, zeige ich euch erstmal, wie es von innen aussieht. Also, ich zeige euch ein bisschen. Friedhof. So sieht der Friedhof aus. Also, von innen. Weil ich habe das schon von außen gezeigt. Hier gibt es Leute, die schon gestorben sind. 1866 bis 1871. 1939 bis 1840. 1870 bis 1871. 1914. 1915. Pssst. Neck. 1915 bis 16. 1917 bis 19. 1939 bis 1935. Und wieder nach 1945. 1945 bis 1935. Ne, Quatsch. 45. Habe ich halt mit 30 gesagt? Entschuldigung. Ich meine 39 bis 45. So. Hier sieht man die Fahnen. Also, Deutschlandfahnen. Eine andere Fahnen. So. Hier hinten sieht man das Rathaus. So. Genau. Und hier da hinten ist eine kleine Statue. Die werde ich euch kurz zeigen. Und dann werde ich mich ja von euch abschieben. Hier seht ihr nochmal den Friedhof von außen. Ich gehe jetzt gleich noch zu der goldene Statue. Und dann werde ich mich ja von euch verabschieden. Hier ist irgendwie ein Sportplatz oder Golfplatz. Kann man nicht so gut sehen. Also, hier ist eine Statue. Also eine kleine Statue aus Gold. So. Wie ihr sehen könnt ihr es von oben bis unten. Hier läutet gerade die Maierenkirche. So. So, ich gehe jetzt wieder zurück zum Anfangspunkt, wo ich stehen geblieben war. Das war es mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, falls ihr Lust habt. Und gebt mir bei diesem Video einen Kommentar. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hier bei diesem Video hinterlassen, wie ihr das Video findet. Ich hoffe, ihr fandet mein Video etwas interessant. Und ich werde jetzt wandern, also wandern gehen, also weiter spazieren gehen, also wandern gehen. Und dann gibt es jetzt noch eine Ankündigung. 12. August kommt ein neues Video. Und ich werde jetzt hier ... ... Vielen Dank.